So, im Aufstieg sind wir jetzt auf 5.011 Metern und machen unsere zweite Pause. Ich hätte vielleicht ein paar Pausen mehr gemacht, aber so weit hat es bisher ganz gut geklappt. Hier diesen Gipfelgrad müssen wir noch hoch, ungefähr 280 Meter. Und blicken mal hier zurück auf unsere Gruppe, die Pause macht. Und im Hintergrund sieht man den Salar de Suhira in der Ferne. Sehr gut.